die joe leide herzlich willkommen hier zum vierten bord nee zum dritten keine ahnung ich glaube zum dritten oder vierten dürfte es sein nee zum vierten klar zum vierten ach keine ahnung irgendwie sowas ich gehe jetzt mal einfach noch die erst formen oder suchen er auch nicht die jahre der probericht der probericht der probericht der probericht der probericht der probericht das auch nicht kuschel mal weiter von nicht schlau alter scheiß aimbot skelett stört sehr nett geile höhle muss ich wirklich mal sagen die höhle sieht echt geil aus besten wäre es natürlich noch wenn wir jetzt hier die das finden würden würde ich noch viel mich viel mehr freuen oh gott geh sterben danke so also kommen wir mal weiter okay hier geht es nirgendwo weiter geht es vielleicht hier noch irgendwo runter könnten wir nämlich ganz gut gebrauchen hier laufen wir noch im kreis das ist aber kein kreis scheiß kein holz mehr natürlich schade shit ähm ja also man könnte da nur raufhören hätte ich nichts dagegen ähm mein freund danke alter ich dachte gerade wirklich da oben ist noch ein zöhn wie den geh immer noch schnell alter wie das gerade geleckt hat das hat gerade wirklich geleckt so da ist ja jemand gescheuert ein 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 heil was so weiterfühlen so werden 23 werden haben immer noch keine die es gefunden freu ich mich alter Junge leben wie viele Max alter erben mobs natürlich schmerz ist und ist auf Maps gekommen Google Maps so ich glaube hier finden wir nicht mehr das war ganz schön gemeint von mir dass ich ihn darf davor aufgelaut habe finde ich also aber naja was wir machen gut dann gehe ich wieder raus und kill ihn jetzt ich darf doch kill ihn jetzt ne ich hab da nicht mehr drinnen ich weiß das war übelst gemeint von mir gewesen wenn ich ihn dort gekillt hätte oder ich weiß gerade wo er hingeht toll ich dachte du spektiert ist mir nein ich spektiert gerade das kann ja mal jetzt spektiert ich stehe ich dich oh ich würde so gerne an der Oberfläche gehen kann ich mal hier frei buddeln nö ok ich bin schon oben oh toll für dich das freut mich sehr ähm oh ich auch ähm oh oh ihr seid wieder nach zusammen da steht das über einem Loch rum alter Alter von wo kommen die alle her Mein voller Ernst jetzt Ich kann Pfeile gebrauchen Haben wir nämlich nur 15 Bist schon scheiße Wo bin ich denn? Ah ok ich weiß wo ich bin Weißt du was ich jetzt mache? Ich mach jetzt was ganz gemeines Ich bin hinter dir Alter nein Nein Weißt du dass er dort nicht wohnt? Na klar Nein Na klar da ist ja reingegangen Nein wirklich nicht Dein Scheiß ist so bis Ende gerade falsch Mhm naja ich krab mich trotzdem mal durch Ich weiß was ich Folg mir Warte Wo bist du? Folge den brennenden Pfeilen Okay Folge den brennenden Pfeilen Ah ok ich weiß wieder wo ich bin Oh Oh WTF man Jetzt weiß ich Ah ok ich bin Ich seh ihn Wieso hat er das aufgelassen? Wie dumm ist der eigentlich? Er ist da schon Längst nicht mehr drin Achso Ok Okay Wahrscheinlich weil ich es gesehen habe oder? Alter Skyshot So Alter der Typ war nicht ernsthaft im Netter oder? Der Typ war wirklich im Netter Ja Ja What The Fuck Nein der war nicht ein Netter Na klar wo hat er das Zeug sonst her? Von dir oder was? Drop even Drop even Achso Oh Oh Ähm 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 Junge Keppau Gut wo ist er Wo ist er Wo ist Sinti Da Alter Alter Du triffst mich noch Alter Ich seh dann einfach immer nur so ne Kuh Sterben ey Reiß dich zusammen Dir ist klar dass du mich fast killst Und fast triffst vor allem Schöne Weil sie am Spawn-Wahrer gerade Okay Im Spawn-Wahrer hatte ich die P-Knappe 10 guck wo er ist Alter ich sag nur eins er rennt wieder zu seiner Base Echt zu der alten Ja er rennt gerade genau den Feuerfall hinten nach ne Nachdem du gerade gerannt bist gell Oh Gott Du kannst jetzt einfach in seine Base da hab der Ja da geh ich jetzt auch hin Guck der hat sich wieder eingebaut Junge Du kriegst ihn jetzt glaub ich Wie schlecht das auch ist Ja ich geh wieder weiter ne Mach das Tschüss User left your channel Das war schlecht Von ihm Ich glaub jetzt geht er an den anderen Channel um ihn zu warnen dass ich komme Ja Pass auf Alter wie gemein Oh Fuck Er hat natürlich voll den Vorteil jetzt Achja komm fick dich doch Komm stopp Ja Sehr schön Sehr sehr schön Klasse Geil gemacht auf jeden Fall von mir Und sonst lobe ich mich eigentlich nicht Scheiß ich wechsel mal die Rüstung So er hat noch ein Leben Gut dann Final Fight würde ich sagen Ich lass mal sein ganzes Zeug hier liegen Ich finde das wäre ein bisschen sehr unfair Naja So ein Goldapfelder behalte ich natürlich Ich hab über alter Alter warte mal Hab ich einen Apfel natürlich nicht Hier ein Apfel drinnen Nee Hier ein Apfel drinnen Auch nicht Schade Wie nehm ich jetzt mal folgendes aus Scheiß Scheiß es reicht nicht Da könnte ich mir theoretisch nämlich einen OP Apfel machen und das wäre sehr krass Vom Gedanken her war es eigentlich recht gut von ihm gemacht finde ich also War wirklich recht gut Aber er hat glaube ich nicht so die PvP Skills Schätze ich mal Zumindest Ähm Oh jetzt hab ich gewonnen Ja das war überflüssig Ähm Nicht richtig hinsetzen ja Okay Ja das war überflüssig Warte ich muss mich mal wieder rasieren Krass Das sage ich nicht in der Aufnahme Habt ihr nicht von mir gehört? Aber ich muss mich mal wieder rasieren Das stimmt Uh Yeah Fuck Das war schlecht Ja ich weiß dass es schlecht war Krass Scheiße ich hab gar nicht mehr so viel Blöcke Komm dann zum Spawn Gut dann war es das mit dieser Folge Wir haben doch wieder mal einen Kampf gemacht und haben ihn wieder mal gewonnen Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss P